Hallo, ich bin Laura vom Studierendenservice der HHU. Abi 2020, was nun? Ab dem 14. Juli läuft hier an der Uni Düsseldorf der HIT 2020 digital, also der Hochschulinformationstag. Er findet drei Tage lang online statt. Und wir freuen uns, dich mit anderen Lehrenden in fast 40 Live-Videos zu Studienfächern und anderen Themen an der Uni Düsseldorf zu beraten. Nutze diese Tage jetzt für deine Studienwahl und registriere dich gratis bei hhu.de slash hit-digital.de Wir freuen uns auf dich!